Harry der Hase Hallo, ihr Kleinen. Ich bin Harry der Hase. Heute ist ein toller Tag. Zeit zum Spielen. Womit kann ich spielen? Oh, schaut! Ein Telefon. Hm, wie lustig. Ich kann telefonieren. Hallo, Teddybär. Schau, das ist mein Telefon. Schau mal, ich werde meine Mama anrufen. Ich drücke auf die Knöpfe. Und dann spreche ich. Hallo, Mama. Oh, toll. Na gut. Auf Wiederhören. Mama hat gesagt, dass es Zeit fürs Frühstück ist. Juhu. Na los, Teddybär. Wir gehen. Ich spiele gerne mit meinem Telefon. Sag mal Tschüss, Harry, Hase. Tschüss, ihr süßen Häschen. Juhu! favorite! Ja. Juhu! Töne! Juhu! Ja. Juhu! Sehr gut! Niesenars throughput, Untertitelung des ZDF, 2020